Was war das für... Achso, das sind die Dinge, die so ein Geräusch machen. Ich habe mich gerade gewundert. Hm. Der Schatz war da hinten. Ich wollte ihn eigentlich auch noch holen. Aber erstmal... Meine! Alle meine! Also, drei Positionen kann er mir schon verraten. Schade, dass ich nicht einfach so einen finde. Das ist wirklich schade. Boink. 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 War jetzt nice. War nicht so toll. Naja, was soll's. Hm. Zack, zack. Was haben wir hier? Fahrzeug können wir hier bauen. War auch noch nie ein ordentliches Fahrzeug gebaut bis jetzt. Hm. Ja, das können wir auch nicht machen, was ich gerade überlegt habe. Obwohl. Warte mal. Wir haben halt nur keine Facken dafür, ne? Flammenwerfer. Auf dem Boden. Und Korb haben wir noch nicht. Rostwerfer. Flammenwerfer. Wir haben so viel Flammenwerfer, ne? Ähm. Lass mich mal gucken. Achso, wir brauchen nur noch einen Ballon dafür. Ähm. Ups. Wie sieht's aus? Neun Stück. Sechs Stück. Und das für diese dämlichen Facken einfach nur. Ehrlich jetzt? Nur wegen dem Facken? Weißt du was? Ähm. Das Ding? Ich bewege das Ding da drin. Okay. Toll. Ich habe nicht den Ballon bewegt, ich habe das Ding da drin bewegt. Natürlich habe ich das jetzt schon wieder. Okay. Machen wir das halt so. Zack. Ich mache mal noch einen Lenker rauf. Dann brauche ich nicht gegenschlagen. Weitschräumen. Wollt's eigentlich so rumdrehen. So. Aber wo können wir auch noch... Was finde ich noch so einen ran brauchen? Das braucht bestimmt wieder viel zu viel Energie, oder? Hm. Warte mal. Wenn das läuft... Ich mache das schon mal zum Favoriten. Okay. Aufwärts. Nee. Okay. Viel Energie das einfach verschwendet, ey. Klocken. Oh. Eine Festung wieder. Was ist denn da? Mach ich das schon? Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich glaube, das war da... Ja, da war... War da, wo ich an die Oberfläche bin. Okay. Da war das. Sechs Pfeile. Nice. Viel zu wenig. Aha, okay. Sechs Pfeile sind wirklich viel zu wenig. Beziehungsweise nur noch fünf. Plongen. Hallo. Na, seht ihr mich? Nö. Ich klopfe mir erstmal doof drauf rum und sehe mich nicht. Cool. Klar. Hol ins Miasma. Hä? Warum ging das eben? Da. Wieder ins Miasma rein. Ich muss da lang. Schauen wir mal ganz kurz gleich. Ich wollte einmal... Wo war denn das Ding? Wo hat er das denn hin sortiert, ey? Ach da. Das war die Anziehung. Schutz gegen Miasma. Plopp. Woher? Miasma. Wow. Okay. Das ist hier eine Sackgasse hier. Warum? Super. Wie komme ich denn da hinten hin? Ich hasse diese Sackgassen hier. Ah, ich komme da hinten durch, ne? Von da, wo ich kam. Oder von wo kam ich? Hm. Na, schauen wir mal. Ja, von da kam ich sogar. Hallo. Kam ich wirklich von da? Jo. Ey, ich wollte gerade fliegen. So. Und hocht. Zack. Ah. Beaverrock. Jo, jo. Ich will aber nichts von euch. Ihr könnt mir gestillen bleiben. Die Sache ist, ich will da lang. Da ist auch kein Durchgang. Es kann auch nur wieder eine Stelle sein, wo wir so gerade nicht durchkommen. Die Musik immer dazu, ey. Na, klettern. Warum? Oben. Das andere Ding, war da hinten irgendwo, ne? Lock. Lock. B. Oben. Muss ich wahrscheinlich hier lang, ne? Na. Das ist halt wirklich, wenn du nichts siehst, dann weißt du nicht, wo du lang musst. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich sogar der richtige Weg. Die großen Dinge sind auch wieder weg. Hm. Wie kann ich ja wieder... Nee, ich muss die Pfeile gerade... Wie viele habe ich denn? Zwei Stück. Okay. Nicht viele. Dann sollte ich die mal nur werfen, ne? Long. Was haben wir denn hier? Ist das wie ein Kampffeld? Ja. Ach, das ist ein Alpha-Konstrukt. Ach so. Hm. Nein, das wollte ich nicht. Boah, jetzt habe ich es doch gemacht. Und meinen letzten Fall hingeschossen. Hä? Was ist da? Hä? 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 Oh Mann. Hm. Was mache ich denn? Ich wollte das hier aktivieren. Dann kann ich ihn gleich wieder auseinandernehmen. Hallo. Hier bin ich. Na? Toll. Hat nicht geklappt. Aua. Volle Kanne weggesammelt. Das war meine eigentliche Schuld, eben. Hm. Jetzt stahl ich da erstmal wegrennen, ey. Und vielleicht... Will ich ihn dann nicht wieder runter, nice. Ähm. Ähm. Statt aussieht hier anderen Wolf noch. Aber... Kann ich es so machen. Plong. Nicht hell genug. Okay. Egal. Ähm. Zack. 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 Okay. Mit einem zusammenkämpfen ist noch praktischer. Hier. Hab was für dich. Haben wir eine Bombe? Eigentlich ja, ne? Nein. Nicht das. Das ist das. Hallo. Hier bin ich. Hier bin ich. Na. Na. Ja. Machst du fein. Geh mal ruhig auf dich. Oh, ne Waffe. Wie hier. Ja, mal Blockkunst. Ich dachte wieder ein Alpha, aber nein. Oh, guck mal. Jetzt holt er den Block raus. Jetzt macht er wieder Block. Kannst du. Okay. Nice. Wenn man die hat zum Kämpfen, ist das ganz gut. Und nicht viel zu langsam damit. Och, nö. Jetzt fliegt er wieder. Ich hasse es. Ich bin voll reingerannt wieder. Boi. Ich muss den von oben runterholen wieder. Deswegen darf ich die gerade echt nicht verbrauchen, weil ich nur zwei Pfeile habe. Standard eben 404. Hab ich das richtig gesehen? Hm. So, nochmal. Zack. Weiterwilfen kann er auch nicht, ne? Andere Waffe schon mal. Hier bin ich. Hallo. Ja, ja. Hier bin ich. Na? Jetzt trampelt er. Jetzt macht er wieder was anderes. Das war's. Das wollte ich. Hm. Tschüss. Jetzt macht er wieder was. Wow. So, jetzt macht er wieder den Würfel. Nein. Hier. Wow, geh weg. Geh weg von mir. Thriller von mir. Toll. Gerade, wo ich das Ding nehmen will, ne? Klong, weg damit. Joa. Nein. Nein. Weg damit. Vergiss es. Oh ja. Okay. Vielleicht schiegt er wieder hoch, ne? Okay. Komm, wir runter. Hoch da. Ui, ui, ui. WC, komm her. Erleidigt. Und was man halt immer echt alles kriegt, das sind 3er sogar, okay. Was haben wir denn für eine Waffe, die wir dann nutzen können? Hm. Eigentlich wird das Ding hier ganz gut. Ähm, Waffen. Eine 18er und ein 11er. Zack. Und zack. Ein 60. Okay. Klar, warum nicht? Ich wollte gerade wieder wegrennen, ne? Ich muss Starlink. Und man sieht gar nix. Ist wieder ne Wand. Wird mich halt echt nie wundern, wenn da wieder ne Wand wär. Äh. Schwitz. Oh, schwitzt er schon wieder? Jep, ne Wand. Nice. Hm. Da bist du. Und der ist mal so rum. Die, 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 die. Kann ich ja... Ne, werfen kann ich nicht. Da steht wie was im Weg. Ähm, hier lang. Hallo. Autsch. Mistvieh. Was ist das denn hier? Oh. Macht ihr die mal platt, Leute? Okay. Dann mach ich's selber jetzt. Geh doch mal rauf hier. Soll ich sie aufladen. Mh. Mh. Ah, mei. Das wollte ich nicht. Wollte einmal absteigen. Nicht das. Nein. Wollt hier das spazieren. Können wir hier mehr sehen. Okay. Ähm. Da, na. Ich hoffe mal, das geht hier auch besser lang. Ich sehe nix. Kriege ja Bergbau-Mine. Okay. Ist da irgendwo eine Mine? Gut. Aber ich sehe hier halt nix. Hier ist die Mine. Irgendwo müsste dann hier auch ein Baum sein, ne? Ups. Irgendwo muss denn hier auch ein Baum sein. Ich sehe hier ja gar nix. Danke. Okay. Wasser. Warum sehe ich das denn jetzt erst? Weil man das gar nicht erkannt hat. Okay. Kannst du durchs Wasser durchlaufen? Nö. Okay. Okay, nicht. Nice. Das funktioniert also nicht. Ähm. Okay, Drehangriff. Warum ist denn das hier voller Wasser? Hm. Man sieht hier auch gar nix, wenn hier alles voller Wasser ist. Plong. Kann ich im Wasser was... Nö. Und da vorn. Hey. Ich sehe nix. Nein. Oh. Da kann ich an Land. Nein. Hallo. Nein. Aua. Tschüss. Missvieh, ey. Aua, tat das weh. Guck mal, da habe ich das Ding auch endlich gefunden. Boah, ey. War das ätzend, das Ding zu finden. Hm. Windhose. Hm. Okay. Okay. TF. Was ist das hier? Ist einfach nur so'n Ding hier. Ups. Äh. Kann ich mir deswegen so bauen? Ist das hier nur so'ne Höhle? Fein so, ne? Was mir hier nirgends so durchkommt. Okay. Das ist hier wirklich noch so'n Höhen-Durchgang. Ach so'n. Einbarstraße. Hm. Oh, ich will lieber ne Blut, ne Wurzel wieder finden. Wo sind wir hier überhaupt? Ach hier. Deswegen ist ja alles unter Wasser wahrscheinlich. Hm. 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 Deswegen ist hier alles unter Wasser. Weil wir unter Wasser sind. Hm. Hätte ich mir nen Brot bauen können, ne? Oder nicht? Naja. Jetzt aktiviere ich grad wieder alles. Nice. Boop, 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 boop. Klar. Ich will hier doch nur ne Wurzel finden. Ist bestimmt nur noch ne Wand. Hier ist bestimmt nur noch ne Wand. Oh, nice. Oder eine Wurzel ist dahinter irgendwo. Das kann halt auch sein. Ist das dunkel hier, ey. Kommen wir hier lang? Nö, eine Wand. Dun, 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 dun. Tschüss. Wow, da ist gerade das Bulimium. Ich habe eine Energie gleich mehr. Y'all nämlich nicht so eine. Ist egal. Pdling, p こ happening. Das ist die Schule leer. ok so kriegen wir uns nicht hier ist nur noch eine wand gerade irgendwie scheint das echt so zu sein komm her ok oder die machen das kann man da lang nö hier ist ne wand hier haben wir das oh groß nice 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 ich hab ne wand hier ist halt echt nur noch ne wand naja was soll's das spielt ja groß nicht denn jetzt oh ich komm hier wieder lang eigentlich wollte ich ja hier hinten inzukuruga da weiß ich auch noch nicht wie ich da hinkomme gibt es auch wieder einen anderen weg ich wollte aber erstmal was anderes eigentlich machen erstmal nochmal wo haben wir das denn gehabt hier komm hier ne direkt importen können wir uns zu den dingen nicht nur zu den wortsen aber ich gehe jetzt mal da rein apropos wir haben so grob durchgerechnet mit den streamen gestern bin ich so bei roundabout 135 folgen und jetzt sind wir auch schon wieder bei zweieinhalb stunden jo 1,2,3,4 jo so roundabout bei 140 folgen sind wir also zu diesem zeitpunkt bis hier ist ja eh schon hm das ist so ich denk mir auch okay 404 im besitz so dann hole ich mir hier nochmal drei stück so 427 ey wie viele sehen hatten wir denn 425 oh Gott ich nehme die nochmal mit da wollte ich aber nicht runter okay dann einmal nach oben ich wollte mal hier hin weil das ist der einzige wo wir nach den Brüdern suchen können so wie ich das gesehen habe ich weiß gar nicht wieviel Bruder der Ehe überhaupt unten versteutert es müssten eigentlich noch zwei stück sein oder doch zwei eigentlich müssen das nur zwei stück sein hierfür noch kopf und hierfür noch kopf wo sind meine und deine brüder na wo taucht der nächste auf da wo wir eine wurzel haben okay das ist cool habe ich nicht gesehen wo sind deine brüder oder wo ich eine wurzel da sind das die letzten wo sind deine brüder wir sind das noch da oben da war ich noch nicht okay wo sind deine brüder mir scheint bist du der standorte all meine brüder bereits gewahrt nice also diese drei stück nur noch sehr gut dann lohnt sich das ja da unten nochmal hinzugehen dann ist zwei standorte haben wir nämlich schon okay erstmal mit kopf hier durch die decke hallo ja ja vier stück dann gib mir mal vier stück vier volle habe ich dann nice hat sich ja schon mal gelohnt da unten rum zu laufen um beiden sichten mit den ehrlichtern und das so danke aber ich werde mal für einen kleinen moment pause machen also dann sehen wir uns gleich wieder so in drei minuten oder so bis gleich